Ich hab was für euch. Gratis Emotes. Kurz gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu meiner Website. Da könnt ihr euch gratis Emotes runterladen und for free benutzen, wie ihr wollt. So, und jetzt, wo die ganzen ungeduldigen Menschen zufrieden sind, kann ich jetzt das Ganze genauer erklären. Ich habe drei Künstler engagiert, mir Emotes zu erstellen, die ich dann verschenken kann. Das war einmal Warpixel mit seinem coolen Pixel-Style. Er hat allgemein, ich sage mal, Gegenstände gemacht. Döner finde ich zum Beispiel super gelungen und Toilette, wenn ihr mal AFK gehen müsst. Naja. Dann Etty Lane, die hat uns ein süßes Monster kreiert. Pock ist da auf jeden Fall mein Favorit. Und Fanti, der uns ein paar Schriftzüge wie Hype und Lost gestaltet hat. Ich habe diesen Künstlern die vollen Nutzungsrechte für diese Emotes abgekauft und ich erlaube euch, die Emotes zu benutzen. For free. Ich habe nur ein paar logische Bedingungen. Ihr dürft sie nur als Emotes verwenden, also druckt damit nicht einfach eure T-Shirts aus. Und verkauft dann die T-Shirts. Bitte nicht. Ihr dürft sie natürlich in euren Overleys verwenden oder allgemein im Stream. Nur halt nicht zweckentfremden. Ganz wichtig. Ihr dürft die Emotes nicht weiterverkaufen. Ich gebe die Emotes gratis her. Wenn ihr sie nehmt und weiterverkauft, seid ihr echt... Ach so. Und ich rufe dann nur ganz kurz meine private Rechtsschutz an, weil das geht nicht. Also ihr könnt die gratis hernehmen ohne Probleme, aber nicht einfach weiterverkaufen. Ihr dürft die Emotes farblich anpassen. Das zeige ich euch gleich noch, wie ihr das machen könnt. Ganz einfach. Aber bitte verändert nicht die Emotes extrem und denkt dann, oh jetzt habe ich sie verändert, jetzt kann ich sie weiterverkaufen. Nein, bitte. Das sind einfach Gratis-Emotes, die ihr benutzen könnt. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, wie ihr die benutzen könnt, dann schreibt mich einfach privat an. Meine DMs sind alle offen, aber eigentlich sollte es ziemlich klar sein. Benutzt sie einfach als Emotes. Jetzt zeige ich euch ganz schnell, wo ihr sie wie runterladen könnt. Auf meiner Website forstreamers.de. Unten in der Beschreibung ist der Link. Da geht ihr einfach drauf. Ihr kennt sie vielleicht hoffentlich schon. Hier gibt es super viel Zeug für Streamer, Equipment, Software, Künstler, Musik, die ihr lizenzfrei hören könnt. Alle Infos über Steuern, was Streamer betrifft und vieles, vieles mehr. Und jetzt gibt es hier einen neuen Reiter. Hier oben Free Stuff oder hier Free Stuff. Und da geht ihr einfach drauf. So, jetzt bin ich ein bisschen im Weg. Aber hier steht das nochmal, was ich gesagt habe. Und hier könnt ihr euch dann nochmal die Emotes anschauen. Das sind alle, die ich bisher habe. Vielleicht mache ich auch noch mehr. Vielleicht mache ich auch noch Badges. Vielleicht mache ich noch andere Gratissachen. Hier drückt ihr dann einfach auf Download. Und jetzt gibt es ein Passwort. Weil einfach um zu verhindern, dass Leute sie einfach klauen und verkaufen. Es gibt zum Beispiel viele chinesische Unternehmen, die sowas einfach klauen und dann bei sich in China auf irgendeinem Store verkaufen. Und du kannst da nicht viel machen, weil es ist nochmal eine komplett andere Rechtslage da drüben. Du könntest natürlich gewinnen, aber den Aufwand und so weiter. Deswegen habe ich es nur ein bisschen schwerer gemacht, das Ganze zu machen. Ihr müsst dann hier ein Passwort eingeben, um zu den Downloads zu kommen. Und das Passwort findet ihr auf meinem Twitch-Kanal unten in den Panels. Geht einfach unten in die Panels auf meinem Twitch-Kanal. Kommt ihr hier auch hin. Und dann seht ihr das Passwort. Das Passwort ist ein kleiner, naja, kleiner, kleiner Insider. Starting Screens Suck. Eingabe. Das Passwort, wie es geschrieben wird, findet ihr aber auf meinem Twitch-Kanal eben unten in den Panels. Das ist wirklich einfach nur dazu, um es ein bisschen schwerer zu machen, diese Emotes zu klauen. Aber ja, dann seid ihr hier. Hier steht nochmal, was ihr damit machen könnt. Und wenn ihr hier auf Download klinkt, kommt ihr einfach zu meiner Dropbox und könnt dann hier die verschiedenen Emotes runterladen. Ich lade jetzt einfach mal das komplette Set runter und zeige euch, wie man zum Beispiel die farblich verändern kann. Ich benutze dafür jetzt einfach mal die kostenlose Bildbearbeitungssoftware GIMP. Könnt ihr ganz einfach runterladen. Link auch unten in der Beschreibung. Und dann nehme ich einfach mal ein Emote, was ich farblich anpassen möchte. Das ziehe ich einfach hier rein. Mit Steuerung und Mausrad kann man dann noch ranzoomen. Und wenn ich jetzt einfach nur die Farbe komplett ändern möchte, dann gehe ich hier oben auf Farben, Farbton Sättigung und dann hier in diesem Fenster kann ich ganz einfach hier bei Farbton diesen Regler verschieben und schon verändert sich die Farbe von diesem kleinen Monsterchen. Das ist das Einfachste. Das kann wirklich jeder machen. Ist, glaube ich, kein Problem. Merkt euch dann diese Zahl, die ihr hier eingegeben habt. Jetzt hier wären es 36,7. Das merkt ihr euch einfach. Zieht das nächste Emote rein, gebt ein 36,7. Nächste Emote 36,7 und so weiter. Also macht ihr das mit all euren Emotes und dann haben alle am Ende exakt die gleiche Farbe. Wenn wir jetzt zum Beispiel das mit dem Herz nehmen. Das Herz soll ja am besten rot bleiben, aber ihr möchtet jetzt, dass das Monster blau ist. Dann müssen wir als erstes, wenn es zwei verschiedene Farben sind, die wir haben wollen, gehen wir hier auf der Ebene, rechtsklick und machen Ebene duplizieren. Eine von den beiden blendet ihr jetzt einfach aus und dann macht ihr wieder Farben, Farbton, Sättigung. Und jetzt wählt ihr einfach die Farbe aus, die ihr gerne hättet, dass das Monsterchen hat. Ich sage jetzt einfach mal, ich will, dass das blau ist. Hellblau. Jetzt ist das Herz rosa. Möchte ich nicht haben. Ich möchte, dass das Herz rot ist. Und das Einfachste wirklich, ich meine es gibt etliche Wege das zu machen, aber jetzt das Einfachste, dass eigentlich einfach jeder nachmachen kann. Ihr blendet jetzt wieder die untere Ebene an und jetzt malen wir einfach dieses Herz, was wir hier sehen, radieren wir jetzt einfach weg. Ihr könnt es auswählen und löschen, Zauberstab, was es nicht alles gibt. Ich nehme jetzt einfach hier oben den Radiergummi, gehe mit Steuerung und Mausrad nah ran, kann die Größe von dem Radiergummi zum Beispiel hier links einstellen. Und jetzt lösche ich einfach das rosane Herz raus und das rote Herz, was eine Ebene drunter ist, kommt einfach zur Erscheinung. Mehr ist es nicht. Das kann man machen, ist ein bisschen Feingefühl vielleicht. Und es gibt tausend Wege, das zu machen, ich weiß. Aber das ist jetzt einfach am einfachsten und schnellsten erklärt, wie man denn jetzt einfach dafür sorgt, dass das Herz rot bleibt, aber das Monsterchen blau wird. Seht ihr, so male ich das einfach weg und am Ende ist es ein rotes Herz und ich habe ein blaues Emote und kein lilanes Emote mehr. Das ist einfach die Ebene, die ich jetzt drüber gemacht habe und farblich verändert habe. Super einfach. Wenn ihr das Ganze speichern wollt, geht ihr einfach dann oben auf Datei, Exportieren nach, PNG ist schon ausgewählt, gebt einen neuen Namen an oder überspeichert das alte. Ich mache jetzt einfach mal noch ein A dahinter. Exportieren, exportieren, nichts besonderes einstellen. Und dann, wenn ihr das in Fotos vergleicht, habe ich einmal das PNG als das Originale und einmal das, was ich jetzt blau gefärbt habe. Das könnt ihr mit allen Emotes machen, wie ihr wollt. Und farblich könnt ihr die gerne anpassen. Ihr findet in dem Ordner, den ihr runterladet, eben Etis Emotes, das kleine süße Monsterchen mit den Hörnchen. Könnt ihr farblich anpassen. Die von Warpixel könnt ihr natürlich auch farblich anpassen. Macht noch nicht viel Sinn. Ein Döner ist ein Döner, Wasser ist blau, Hand hat Hand, Hautfarbe. Da gibt es nicht wirklich was zum Anpassen. Und bei Fanti mit den ganzen Schriften, da hat er schon extra netterweise drei verschiedene Farben angelegt. Wenn ihr aber noch zum Beispiel grün haben wollt, dann müsst ihr das, wie ich gerade gesagt habe, reintun in Gimp, Farbton, Farbsättigung anpassen, einfach verschieben, rausspeichern, fertig. Das müsst ihr dann mit allen Versionen machen. Und dann habt ihr eine grüne Schriftart. Und das ist es. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja, aber Leo, ich möchte eigene Emotes. Wenn du wirklich eigene, persönliche Emotes haben möchtest, die sonst keiner benutzen kann, dann musst du einen Künstler engagieren oder sie irgendwo, naja, kaufen. Das macht dann wieder keinen Sinn. Aber einen Künstler engagieren, den Briefen, die Briefen und einfach eigene, persönliche Emotes bekommen. Das gibt es auch auf 4Streamers, auf 4Streamers.de Künstler gibt es eine Reihe, Reihe an deutschsprachigen Künstlern, die das für euch machen, für Geld. Aber bis ihr euch entschieden habt, was ihr haben wollt, vielleicht wisst ihr das noch nicht. Übereilt es nicht, Emotes zu machen, einfach nur um Emotes zu haben. Am Ende gebt ihr Geld für etwas aus, was sich lohnen soll auf lange Zeit. Und ihr müsst erstmal anfangen zu streamen. Ihr müsst erstmal wissen, wer ihr seid. Ihr müsst erstmal wissen, wie eure Zuschauer ticken. Also vielleicht braucht ihr kein Hey-Emote, vielleicht braucht ihr ein Rip-Emote, vielleicht braucht ihr kein Rip-Emote, vielleicht braucht ihr ein, keine Ahnung, Döner-Emote oder vielleicht ein Tzatziki-Emote. I don't know. Aber ihr könnt es am Anfang nicht wissen. Deswegen, bevor ihr vielleicht euch was Eigenes für viel Geld macht, nehmt meine gratis her. Da sind Standardsachen mit dabei, die euch am Anfang vielleicht einfach aushelfen können. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt dieses Video, teilt meine Webseite. Würde mich sehr freuen. Like dieses Video, teilt das Video, wie gesagt. Abonniert gerne. Schaut mal vor allem auf Twitch vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Emotes. Ich hoffe, sie können euch helfen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020